Gestatten, Trottel, der Trottel. Unser Downloadplan-Modell aus Modell Aviator 12 2016. Thomas Buchwald hat das Fun, 3D, Kunstflug und Spaßmodell konstruiert. Mit dem Hochdecker lassen sich alle möglichen oder unmöglichen Figuren fliegen. Den Trottel können Sie selber bauen. Einfach den kostenlosen Plan unter www.modell-aviator.de downloaden, die Seiten ausdrucken und los geht's. Aufgebaut aus 6 mm Depont-Platten entsteht nach kurzer Bauzeit ein wirklich simples, aber vielseitiges Modell. Besondere handwerkliche Fähigkeiten sind nicht erforderlich. Zum Lackieren haben wir gleich noch einen Praxistipp. Trottel kann Senkrechtstarter, Buschflieger, Automobil und vieles mehr. Es ist die Maus Schnuppe, wo sie fliegen. Indoor geht natürlich auch. Ob nun große Hütte, zugegeben etwas zugig und spärlich beleuchtet, oder Herausforderung, einfache Turnhalle. Der Trottel kann's. Und jetzt unser Praxistipp. Air Airbrush. Aber Vorsicht! Trottel ist nicht immer willig. Guckst du Schluss! Luft getrocknet, kann das Kreppband sofort ab. Und? Hat doch was! Jetzt sind sie an der Reihe. Viel Spaß beim Trotteln! Untertitelung des ZDF, 2020